Das ist ganz ruhig, da kann ich mal alle ganz herzlich begrüßen in der Wattstubengalerie zu unserer heutigen Veranstaltung mit Börse Freimart. Hallo, diese Veranstaltung findet im Zusammenhang mit unserer diesjährigen Gruppenausstellung statt. Thema dieser Gruppenausstellung ist Showtime, also mit anderen Worten, wir zeigen hier was. Ja, ich denke, wir genießen gleich erstmal das Konzert von Birgit und dann können Sie sich gerne umschauen. Alles, was hier hängt und steht, veräußern wir auch und Kaffee im Kuchen gibt es hinterher auch. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich denke, Birgit wird jetzt zu Ihrem Vortrag aus, dass ich selber noch was sagen kann. Also viel von Ihnen. Ich habe jetzt nur mal einen kleinen Test gemacht, irgendwie, ich mische den Mikrofon die ganze Zeit nicht zufrieden. Ja, diese Ausstellung heißt Showtime und ich habe mir für den heutigen Tag eine Art Meditation über die Zeit ausgedacht. Wir leben in schwierigen Zeiten und wir haben jetzt eine besondere Zeit, nämlich den Advent, heute der dritte Advent. Und die Spiritualität steigt in den Menschen. Man ist bereit zu spenden. Man ist bereit, die Lichter anzuzünden. Doch sehr wichtig ist es, das Licht in sich selbst zu entzünden. Und das versuche ich jetzt heute für euch, am Tag im Advent. Ja, ich hoffe, Sie machen alle Ihre Handys aus, denn es wird hier dieses Konzert noch aufgenommen. Es ist einmalig und ja, dann fange ich mal an. Vielen Dank. Danke. Time. 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 Showtime! 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 Show! Show! Showtime! 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 Show! 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 ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tau! 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 Chappen! Untertitelung des ZDF, 2020 Zeitung des ZDF, 2020 Zeitung des ZDF, 2020 Schau! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Eik, 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 eik. Eik, eik, eik. Eik, eik, eik. 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 Weg, werf, 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 weg, werf, werf, weg. Weg, 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 weg Wer auf, 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 wer Weg, Bösch, weg, weg, Bösch, weg, Bösch, dieocaust des Landes, unwirklichu, funcionbar, Wösch, weg, weg, weg! Weg Чудо! Weg! Weg! Weg Чудо! Weltsch, 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 Weltsch Beggep, beggep, beggep. Ja, ich möchte mich jetzt nochmal bei Sabine und Karin bedanken für die liebevolle Betreuung während der Ausstellung hier und es ist eine ganz tolle Ausstellung und ich hoffe, ihr kauft auch, Leute kauft, die Künstler, wer nicht unterstützt, es ist so, dass der Dichter und Dänker kein Geld mehr vor Kühlschuhe hat. Ja, so ist es. Also, ich packe jetzt in Ruhe ein und wir können hier gleich noch schön gemütlich zusammen Kuchen essen und Kaffee trinken. Vielen Dank. Applaus